Was gibt's? Grüß Gott, ich wollte nur sagen, es ist soweit. Ab in die Falle! Wer? Ich bin der Sandmann. Bitte gehen Sie jetzt ins Bett. Wer ist denn da? Der Sandmann. Wir sollen ins Bett gehen. Der Sandmann! Es ist so, ich habe eine sehr, sehr schlimme Drogenkarriere hinter mir. Und wenn ich es schaffe, dass zehn Leute ins Bett gehen, dann habe ich eben eine sehr große Chance, dass ich ins Wiedereingliederungsprogramm aufgenommen werde. Ja, ich kann Ihnen ja fünf Euro geben. Nein, nein, um Gottes Willen, ich darf kein Geld annehmen. Bitte gehen Sie jetzt ins Bett. Sie können ja dann gleich wieder aufstehen. Also gut, muss ich was unterscheiden? Ja, da bitte. So, Moment. Was ist das? Nein, einen Moment noch. So, herzlichen Dank. Wie schaffst denn du aus? Ich gehe jetzt ins Bett. Hast du wieder irgendwas unterschrieben? Geh, lass mir doch mal Ruhe.